Also Hase, der Möhrenkeks ist super! Nein, Krümelmonster, auf gar keinen Fall! Und zwar ist der Möhrensaft viel besser und flüssiger. Aber wie soll's denn dann im Kiefer malmen? Entschuldigung Leute, ich suche was. Nanu, was gibt's denn da? Das ist Besuch. Ja, ich bin jetzt hier in dem Gegend. Guck mal, guck mal das Kleine da. Ja, das ist mein Kind. Und ja, was braucht ihr? Ja, wir suchen den Wald. Wir wollen Nüsse. Nüsse! Ja, Nüsse. Hast du keine? Leih dir eine. Nein, nicht so doof. Guck mal, mein Kind hat ja schon so Hunger. Ja, wir haben immer Hunger. Oder Hase? Das gilt für dich wohl. Ja, klar. Und der kleine Freund, wie heißt du denn? Beißerlein. Oh, Beißerlein. Aua! Da war schon ein Biss. Das beißt mir in den Arsch. Ja, was denn? Ja, wenn du groß bist, Beißerlein, dann kannst du in den Meckwald gehen. Und dir eine große, äh, in den Meckwald. Und dann bestellst du dir einen großen Mecknuss. Nuss! Ha, 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 ha.